Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video zur Bestimmung ganz rationaler Funktionen. Mitten in den Gleichungssystemen geht es um Funktionen? Naja, das hat schon seinen Grund. Wir schauen mal die Aufgabe dazu an oder ein Beispiel dazu an. Da heißt der Graph einer ganz rationalen Funktion dritten Grades hat im Punkt minus 3 0 eine Tangente mit der Steigung 3 und der Graph berührt die x-Achse im Ursprung. Ich stelle die Funktionsgleichung auf. Wow, da sind jetzt einige Informationen auf einem Haufen. Wir wollen versuchen mal ein bisschen Ordnung in diese ganzen Informationen zu bringen. Was wäre denn eine erste Information, die wir uns mal näher anschauen können? Naja, wir wissen, die Funktion geht durch den Punkt minus 3 0. Ich markiere den hier auch mal rot und schreibe mir die auch mal auf, so als erste. Ich mache das schon römisch 1 mal hin. Da seht ihr auch mit den römischen Zahlen, das kommt irgendwie danach das gleiche System rein. Wie heißt denn die Bedingung? Okay, die Bedingung wäre ja, dass für den x-Wert minus 3 der y-Wert 0 kommt. Also f von minus 3 ist 0. Dann liegt der Punkt auf dem Graphen der Funktion f. Gut. Sonst stecken in dem Punkt keine weiteren Infos drin. Das nächste wäre, es gibt eine Tangente mit der Steigung 3. Jetzt könnte man sich fragen, wo soll die denn bitte sein? Aber das hängt auch mit dem Punkt vorher zusammen, denn die Formulierung ist ja, hat im Punkt p minus 3 0 eine Tangente mit der Steigung 3. Gut, Tangente hat immer mit welchem Teil der Funktion zu tun? Na gut, Tangente mit der ersten Ableitung. Und wir wissen, die Steigung ist 3. Also wir wissen f' also die Ableitung an der Stelle minus 3. Am x-Wert des Punktes hat den Wert 3. Also f' von minus 3 ist 3. Gut. Schauen wir weiter. Was gibt es denn noch für eine Bedingung? Wir wissen, der Graph berührt im Ursprung die x-Achse. Das können wir mal alles so markieren. Okay, da steckt auf jeden Fall die Information drin, wenn er die x-Achse berührt im Ursprung, dass er an der Stelle x gleich 0 auch den y-Wert 0 haben muss. Genau, das ist oft irritierend. Da steht irgendwie viel Text noch dahinter. Aber das Wichtigste ist erstmal, er geht überhaupt durch den Ursprung. Das können wir auch notieren, wie du schon gesagt hast. Also f von 0 ist 0. Ja gut, und dann haben wir doch eigentlich alle Bedingungen, oder? Ne, eine fehlt noch. Das berührt ist schon noch wichtig. Wie können wir uns das vorstellen, wenn die im Ursprung die x-Achse berührt? Ah, das hatten wir schon mal. Denn wenn sozusagen etwas nur berührt wird und nicht schneidet, dann hat es entweder so diese Form hier oder diese Form hier, also so eine Parabel, die sozusagen an der x-Achse berührt. Und wir wissen, an diesen Stellen hat eine Funktion immer einen Hoch- oder einen Tiefpunkt. Okay, hier auch grafisch dargestellt. Zwei Stellen, an denen berührt wird. Links sehen wir, hat die Funktion an der Stelle einen Tiefpunkt. Rechts hat die Funktion an der Stelle einen Hochpunkt. Also immer wenn berührt wird, hat man einen dieser beiden Fälle. Und was steckt denn da jetzt noch von den Bedingungen mit drin? Naja, beim Hoch- und beim Tiefpunkt ist ja die Steigung an dieser Stelle 0. Das heißt, die Ableitung f' an dieser Stelle, also hier an 0, ist 0. Wunderbar. So, wir haben es auch schon mal eingefärbt an dieser Stelle. Die unteren beiden sind grün, denn beide stammen aus der Information, berührt im Ursprung die x-Achse, also eine Information, zwei Bedingungen. Die blaue war das mit der Tangenten und die pinke war das mit dem Punkt. Gut, jetzt haben wir noch eine Information. Und zwar heißt es, wir haben eine ganz rationale Funktion dritten Grades. Wie schaut die aus? Dritten Grades heißt hoch 3, also x hoch 3. Und die sieht dann allgemein so aus, ich schreibe sie hier einfach mal hin. f von x gleich a x hoch 3. Genau, denn vor dem x hoch 3 kann natürlich noch irgendeine Zahl davor stellen. Irgendein Faktor. Plus b x Quadrat plus c x und nicht vergessen kann auch einen konstanten Summanden geben, plus d. Und unsere Aufgabe, um die es in diesem Aufgabentyp geht, ist nämlich rauszufinden, was sind denn diese vier Buchstaben, damit da sozusagen wirklich eine ganze Funktion daraus wird. Genau, und dazu nutzen wir diese vier Bedingungen. Wir sehen in 2, nämlich in Römisch 1 und Römisch 3, brauchen wir die Funktion. Und in Römisch 2 und Römisch 4 brauchen wir die Ableitung. Also sollten wir die erstmal bilden. Das könnt ihr hier drunter machen und die Lösung sind 3, 2, 1. Und die Ableitung lautet 3ax Quadrat plus 2bx plus c. Das d fällt weg, weil das d hat kein x und wir wissen ja, konstante Summanden fallen beim Ableiten raus. Gut, und jetzt setzen wir Schritt für Schritt unsere Bedingungen ein. Wir fangen mit der ersten an. Wir setzen minus 3 in die Funktion f ein. Also haben wir f von minus 3. Das wäre a mal minus 3 hoch 3. Gut, das Vorzeichen ist auf jeden Fall minus. Das ist schon mal klar. Weil durch hoch 3 bleibt ja das Vorzeichen erhalten. Genau, und 3 hoch 3 ist? 3 mal 30, 9 mal 3 sind 27. Also minus 27a. Wichtig, das a bleibt ja stehen. Genau, denn wir haben ja das minus 3, Vorsicht, ins x eingesetzt, nicht ins a. Deswegen sollte jetzt hier kein x mehr auftauchen. So, jetzt probiert ihr doch mal genauso die minus 3 in x Quadrat und in x einzusetzen und dann schauen wir uns die fertige Gleichung an und zwar in 3, 2, 1. Also des Weiteren gibt es 9b minus 3c und nicht vergessen plus d. Das d hat zwar kein x, aber es bleibt genauso stehen. Und ich hatte gerade gesagt, schreib die Gleichung auf, denn es war ja die Bedingung, dass wenn ich minus 3 einsetze, dass es dann 0 ergibt. Deswegen muss hinten auch ein ist gleich 0 hin. Gut, die zweite, dritte und vierte Bedingung, die genau so zu machen wie hier, das probiert ihr mal. Passt auf, die zweite und die vierte müsst ihr in die erste Ableitung einsetzen. Kriegt ihr aber hin. Und die komplette Lösung von allen drei Gleichungen gibt es in 3, 2, 1. Gut, wir haben sie hier eingesetzt. Also, gehen wir es durch. f' von minus 3. Also minus 3 hier in die Ableitung eingesetzt. Hier für x. Minus 3 im Quadrat ist 9 mal 3 ist 27. Das A bleibt stehen. Also 27 A. Genau. Wenn wir es drunter für x einsetzen, haben wir minus 3 mal 2 sind minus 6. Das Bild bleibt stehen. Minus 6. Das c hat kein x, deswegen bleibt c einfach alleine stehen. Und nicht vergessen auch hier wieder die ganze Gleichung und es soll 3 rauskommen. Haben wir so notiert. Gut, die dritte, die ist schön, die ist recht einfach. Wenn man nämlich 0 hier in die Funktion einsetzt, dann steht hier A mal 0 hoch 3. Das fliegt weg, weil A mal 0 ist 0. Hier B mal 0 im Quadrat ist auch 0. Also fliegt auch weg. Und c mal 0 wäre es auch 0, fliegt auch weg. Es bleibt nur das d übrig. Und das zweite, die rechte Seite der Gleichung, also d gleich 0. Genau so verfahrt man auch bei der vierten Gleichung. Da setzt man 0 ein in die erste Ableitung. Dann fallen auch alles mit A und B weg. Und es bleibt übrig, c ist gleich 0. Das ist aber interessant. Was liefert denn jetzt die dritte und die vierte Gleichung automatisch? Naja, die liefert uns automatisch zwei dieser Koeffizienten oder zwei dieser Buchstaben. Das liefert uns das c 0 ist und das d 0 ist. Und diese Information kann man auch direkt nutzen. Genau. Und zwar können wir sagen, das ist auf jeden Fall immer 0, weil sonst funktionieren diese beiden Gleichungen da unten nicht mehr. Also können wir bei der ersten Gleichung den Teil mit minus 3c streichen. Denn wir wissen, c ist 0. Und wir können den Teil mit d streichen, denn d ist 0. Und genauso bei der zweiten Gleichung den Teil mit c streichen. Was wir jetzt noch haben, sind oben und unten nur noch zwei Variablen, nämlich A und B, jeweils mit einem Vorfaktor. Und klar, unser Ergebnis rechts vom istgleich. Und daraus können wir jetzt ein vereinfachtes lineares Gleichungssystem machen, das folgendermaßen aussieht. Das sind immer noch die beiden Gleichungen wie oben. Wir wissen nur, dass c und d einfach wegfallen, weil sie keine Rolle spielen. Und das könnt ihr jetzt recht einfach lösen, ein bisschen Zeilenoperationen, überlegen, was ist A, was ist B. Das kriegt ihr hin. Wir haben viel kompliziertere LGS gelöst in den letzten beiden Videos. Also, die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wir haben also die erste Gleichung auf die zweite draufadiert, weil hier schon minus 27a steht. Und hier plus 27a fällt hier in der zweiten Gleichung bis 27a weg. Steht hier auch nicht mehr. Hier ist dann 9b plus minus 6b. Also, 9b minus 6b ist 3b. Und 0 plus 3 ist 3. Und hier sehen wir direkt, ohne Äquivalenzumformung b ist 1. Gut, dann haben wir das eingesetzt in die erste Gleichung oben rein. Also, 9b sind dann einfach 9 mal 1. Dann haben wir die 9 rübergeholt mit minus 9. Und dann minus 9 geteilt durch minus 27. Also, 9,27 kann man vereinfachen, kann man kürzen. Dann kommt es auf 1 Drittel. A ist 1 Drittel. Gut, wir sind noch nicht ganz fertig. Wir haben zwar jetzt A, B, C und D, aber eigentlich lautet uns Aufgabe ja, stelle die Funktionsgleichen auf. Was müssen wir noch machen? Wir setzen sie zusammen und schreiben sie einmal hin. Also, F und X gleich. Jetzt unser A, 1 Drittel mal x hoch 3. Das ist ja die Potenz vom A. Dann kommt es B, das ist 1. Also, plus 1 mal, da müssen wir gar nicht hinschreiben, das ist direkt x². Den Faktor 1 lässt man ja immer weg. Plus, Achtung, jetzt käme Cx, aber C ist 0. Lassen wir weg. Dann käme plus D. D ist 0. Lassen wir auch weg. Und dann ist das hier unsere Funktionsgleichung. Und dann sind wir auch schon fertig mit der Aufgabe. Und wir haben jetzt in der Aufgabe gesehen, dass es hier sozusagen so ein paar Schlagwörter gibt. Und diese Schlagwörter kann man irgendwie übersetzen in mathematische Gleichung. Und es gibt nicht nur die hier, sondern noch ein paar mehr. Das gucken wir uns jetzt im Allgemeinteil gemeinsam an. Okay, folgende fünf Schritte müssen durchgeführt werden. Erstens, dass ihr euch alle Bedingungen notiert, die ihr in der Aufgabenstellung findet. Gerne auch mit Textmarker einfärben, dass man ja nichts übersieht. Und darauf achten, dass hinter mancher Bedingungen mehrere stecken. Genau. Und dann stellt ihr, wenn ihr die Bedingungen habt, die allgemeine Form der Funktionsgleichung auf. Und manchmal braucht ihr ja noch die erste Ableitung, manchmal vielleicht auch die zweite Ableitung. Dann stellt ihr diese auch auf. Dann wird das LGS zusammengebaut aus den oben genannten Bedingungen. Da achten wir jetzt darauf, dass, wie wir schon gesehen haben in der ersten Aufgabe, möglicherweise einige Koeffizienten wegfallen. Vor allem immer, wenn die 0 ins Spiel kommt, da würde ich da vorsichtig sein. Dann lösen wir das LGS so, wie wir es gelernt haben. Und dann? Dann muss ganz am Ende, und das bitte nicht vergessen, auch wirklich alle Koeffizienten, die ich herausgefunden habe, auch in die Funktionsgleichung eingesetzt werden. Jetzt haben wir es gerade eben schon gehört, es gibt nicht nur die paar Bedingungen, die wir gerade gesehen haben, sondern ein paar mehr. Das ist eine größere Tabelle. Die müsst ihr nicht unbedingt abschreiben. Wir zeigen sie euch gleich. Das Dokument, wie ihr die ausdrucken könnt, ist als PDF auf unserer Homepage hinterlegt. Könnt ihr also ausdrucken ins Heft reinmachen und ein bisschen Schreibarbeit sparen. Für folgenden Überblick. So, wir wollen die Tabelle jetzt gar nicht im Detail durchgehen. Ihr werdet jede Bedingung davon in dem Laufe der kommenden Übungsaufgaben auch mal brauchen. Ihr seht, dass fast alle hinten immer gleich sind. Man setzt irgendwie einen x-Wert entweder in die Funktion f ein oder in f' ein oder auch mal in f' ein. Es gibt eine Bedingung, die ist ein bisschen anders, und zwar ganz unten, wenn Achsen- und Punktsymmetrie ins Spiel kommt. Dann, kleiner Spoiler, fallen sogar mehr als ein paar Koeffizienten nur weg, nämlich alle geraden oder alle ungeraden. Aber das schauen wir uns am besten im Rahmen von der Aufgabe noch mal im Detail an. So, hier wäre ein Beispiel, und zwar der Graph einer ganz rationalen Funktion höchstens dritten Grades ist achsensymmetrisch zur y-Achse, hat eine Nullstelle bei x gleich 2 und schneidet die y-Achse bei y gleich 5. Stelle die Funktionsgleichung auf. Gut, zunächst mal müssen wir uns wieder überlegen, welche Bedingungen sind denn gegeben. Gut, also wir gehen schon nach dieser Tabelle vor, die wir ja auch gerade im Allgemeinen Teil gehabt haben, und da hatten wir ja drin achsensymmetrische zur y-Achse. Das sehen wir hier auch. Das markieren wir jetzt mal wieder in einer Farbe. Was haben wir denn noch? Gut, dann wissen wir, bei x gleich 2 gibt es eine Nullstelle. Also Nullstelle bei x gleich 2 können wir uns markieren. Und noch eine dritte Bedingung, nämlich die y-Achse wird bei y gleich 5 geschnitten. Vielleicht sollten wir das Schneider dann auch mit reinnehmen. Gut. So, die erste Bedingung war achsensymmetrisch zur y-Achse. Dazu haben wir keinen formalen Zusammenhang, deswegen schreiben wir das erstmal in Worten einfach auf. Also achsensymmetrisch zur y-Achse. Einfach nur, damit man es nachher nochmal sauber sieht. Die anderen beiden Bedingungen, nämlich Nullstelle bei x gleich 2 und schneide die y-Achse bei y gleich 5, das sind zwei Standardfälle, wie in dem Beispiel zu Beginn des Videos. Und da gibt es einen formalen Zusammenhang und den sollt ihr jetzt einfach mal entsprechend rausschreiben. Und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. So, dann haben wir f und 2 gleich 0. Warum? Na ja, wir wissen, an der Stelle x gleich 2 gibt es eine Nullstelle. Das war die Bedingung und genau das haben wir da unten auch so wiedergegeben. Genau, und schneidet die y-Achse, heißt der x-Wert ist Null, also f von Null und der ist eben 5, so wie es hier steht. Gut, was wir noch wissen, ist, dass es eine ganz rationale Funktion höchstens dritten Grades und so eine Funktion sieht allgemein folgendermaßen aus. So, und das ist wieder die allgemeine Funktionsgleichung, genau wie auch beim letzten Mal. Gut, dieses achsensymmetrisch zur y-Achse. Ich denke, das können wir, glaube ich, sofort verwenden. Wie denn? Na ja, wir wissen ja, alle Funktionen, die achsensymmetrisch zur y-Achse sind, sollten eigentlich nur Potenzen mit geraden Hochzahlen enthalten, also hoch 4, hoch 6 oder auch nur eine Zahl. Wir wissen, der Zahl hätte ja x hoch 0 hinten dran. Jetzt schauen wir doch mal, ob das bei der Funktion hier unten überhaupt gegeben ist und da sehe ich Probleme. Gut, wir haben hier ax hoch 3, das ist ein ungerader Exponent, das heißt, das kann nicht vorkommen, das kann ich schon mal streichen. bx², das kann vorkommen, das ist ein gerade Exponent. Passt. cx, ah gut, da könnte ich mir hoch 1 denken, das ist wieder ein ungerader Exponent. Das kann ich auch streichen. Und das d? Na, das d hätte ja eigentlich ein x hoch 0 hinten dran, gilt als gerade, also das d darf bleiben. Jetzt habe ich nur eine Frage, das heißt, die Funktion hat jetzt nur noch die Form bx² plus d, aber widerspricht das nicht der Aufgabenstellung, das heißt doch dritten Grades. Na, in der Aufgabenstellung heißt es höchstens dritten Grades. Ach, okay, insofern ist eine 2. Grades, also eine quadratische Funktion, auch okay. Richtig. Gut, und jetzt haben wir hier auch genau noch zwei Parameter, b und d. Und wir haben auch noch zwei Bedingungen, die hier und die hier. Das heißt, wir können mit den Bedingungen, die wir hier so rechts mathematisch aufschreiben, und zwar mit der Funktion, probiert das mal selber, die Lösung, das sind 3, 2, 1. So, wir haben es jetzt gemacht, wir haben hier den x-Wert 2 hier eingesetzt, hier für x. x² ist 4, also 4b steht hier, plus d steht hier, ist gleich 0. Gut, und bei f von 0 haben wir ins x² 0 eingesetzt, dann fällt b x² weg, übrig bleibt nur d und wir wissen, dabei soll 5 rauskommen. d gleich 5. Ha, einer ist schon verraten. Perfekt, dann haben wir direkt die Lösung für d. Dann brauchen wir jetzt nur noch b ausrechnen. Gut, das geht ja leicht, brauchen wir nur das da einsetzen. Das könnt ihr selber, probiert es mal, die Lösung sind 3, 2, 1. Gut, also wir haben die d gleich 5 in die obere Gleichung eingesetzt, haben dann die 5 auf die andere Seite rübergebracht, das Ganze noch durch 4 geteilt und erfahren, dass b minus 5 Viertel ist. Da ist aber noch nicht Schluss, denn? Ja, wir müssen das Ganze noch in die Funktionsgleichung natürlich einsetzen, denn die brauchen wir. Das heißt ja, stelle die Funktionsgleichung auf. Haben wir hier gemacht. f von x ist also minus 5 Viertel x² plus 5. Gut, das war jetzt ein Beispiel mit ein bisschen mehr nachdenken und ein bisschen weniger rechnen und weitere Beispiele, genau, gibt es wie immer im Unterricht. Bis dann. Ciao. Tschüss. Hey, wir sind es nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, denn werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war es jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.